Im Apartmenthaus der Genossenschaft Lebensräume in der Weihnachtstraße in Hoyerswerda ist am Dienstag die Tagespflegeeinrichtung Lebensfreude eröffnet worden. Neben einer Küche, in der jeden Tag gemeinsam das Mittagessen vorbereitet wird, gibt es ein Pflegebad, zwei individuell eingerichtete Ruheräume und einen offenen Gemeinschaftsraum, in dem Fernsehen geschaut oder gespielt werden kann. Insgesamt vier Pflegerinnen sind für die geplanten zwölf Bedürftigen zuständig. Der Umbau hat ca. 75.000 Euro gekostet.